Es ist noch genau eine Woche bis zur US-Wahl. Wer macht das Rennen? Kamala Harris oder Donald Trump? Und wie wichtig ist diese Wahl für uns in Europa? Unter anderem darüber spreche ich in Studio Korea heute mit Korea-Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi. Hallo Ingrid. Hallo Caro. Ingrid, es ist genau noch eine Woche bis zur US-Wahl. Deshalb gleich zu Beginn die Frage, wie steht es denn derzeit im Rennen um das Weiße Haus? Es steht Kopf an Kopf. Nach wie vor, das ist jetzt schon seit einigen Wochen und es bewegt sich gar nichts. Also es bewegt sich nichts in Richtung Kamala Harris, nichts in Richtung Donald Trump. Es bleibt spannend bis zur Wahlnacht und vielleicht sogar noch darüber hinaus. Jetzt eine Woche vor der Wahl, da häufen sich natürlich die Artikel um diese sehr wichtige Wahl. Und jetzt ist es so, erst gestern musste sich das Team von Donald Trump um Schadensbegrenzung kümmern. Trump sagt auf einer Veranstaltung in Atlanta und ich zitiere, ich bin kein Nazi, ich bin das Gegenteil eines Nazis. Jetzt ist das ein sehr großer Satz, deshalb möchte ich den auch gleich zu Beginn dieses Podcasts mit dir besprechen. Warum hat er diesen Satz gesagt? Was ist da passiert? Na, da gibt es mehrere Faktoren. Das eine ist, dass seine eigene Rhetorik wird ja immer schärfer und immer aggressiver und immer polternder. Und auch seine Anhänger, die dann teilweise bei seinen Wahlkampfveranstaltungen auf der Bühne stehen, die vergreifen sich wirklich im Ton. Und da gab es einige, also letztens beim Madison Square Garden in New York, gab es diese Veranstaltung und diese ganzen Voreinpeitscher haben also so dermaßen daneben gegriffen. Also der eine hat zum Beispiel Puerto Rico als eine Insel des Mülls beschimpft und so. Das heißt, da ist man wirklich zu weit gegangen. Und auf der anderen Seite hat jetzt die Demokratische Partei begonnen, gegen Trump also wirklich auch andere Geschütze aufzufahren. Und sie sind jetzt, sie versuchen jetzt weniger auf eine rationale politische Diskussionsbasis zu kommen, sondern sie gehen jetzt auch auf Angriff und sie beschimpfen jetzt Donald Trump als Faschisten. Und das kommt jetzt von verschiedensten Politikern, von verschiedenem Rang und ich glaube sogar Kamala Harris sagt das jetzt immer wieder. Jetzt hast du schon erwähnt, dass es immer wieder Wahlkampfveranstaltungen für Trump gibt, wo sich die Leute, die dort reden, sehr, sehr, sehr im Ton vergreifen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern schaden denn solche Veranstaltungen Trump und seinem Rennen um das Weiße Haus? Ich glaube gar nicht. Seine Anhänger, die hängen so und so an seinen Lippen. Man schätzt, dass ungefähr zehn Prozent aller US-Bürger wirkliche Die-Hard-Anhänger von Donald Trump sind. Also Donald Trump kann sagen und tun, was er will. Sie werden ihn wählen und sie werden ihn immer großartig finden. Und dann gibt es noch viele andere republikanische Wähler, die sind natürlich verstört von Trumps Tonfall. Die heißen nichts gut, was er sagt, nicht einmal, was er tut. Aber trotzdem würden sie jetzt nicht demokratisch wählen. Das tut man einfach nicht. Also man pickt sich dann halt einfach diejenigen Standpunkte heraus, die man haben will als Wähler. So ist es ja meistens nicht so wahnsinnig rational, sondern man trifft ja meistens eher eine emotionale Wahlentscheidung. Und wenn man Republikaner ist, dann nimmt man das Hals in Kauf. Okay, Trump ist so, er ist schrecklich, aber ich wähle ihn trotzdem. Es gibt also die Die-Hard-Republikaner. Es gibt aber auch die, die schon immer demokratisch gewählt haben. Auch hier wird sich wohl nichts verschieben. Bei der US-Wahl kommt es also genau auf die dazwischen an, die Wechselwähler. Vielleicht kannst du kurz erklären, welche Bundesstaaten sind denn jetzt bei dieser Wahl tatsächlich entscheidend? Weil bei den Die-Hard-Republikanern und den Die-Hard-Demokraten, da haben wir dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, das du zu Beginn angesprochen hast. Also dieses Mal gibt es sogenannte sieben Swing States. Dazu gehört Michigan, Arizona, Nevada. Aber der wichtigste ist Sicherheit Pennsylvania. Also dort gibt es 19 Wahlmänner zu vergeben. Das ist die höchste Zahl. Und in diesem Bundesstaat, wir wissen ja, es geht immer um die Stimme 1. Also sobald eine Stimme Mehrheit ist, fällt der gesamte Bundesstaat dem jeweiligen Lager zu. Und Pennsylvania ist in dem Sinn jetzt wirklich spannend, weil das ist so zweigeteilt, eigentlich so zweigeteilt wie das ganze Land. Die Städte sind immer überwiegend demokratisch. Und das Land ist überwiegend republikanisch bis sehr konservativ. Und es zeichnet sich eben gerade nicht ab, wo die Mehrheit ist. Sind das jetzt die Blue-Color-Worker, also die nicht hochgebildeten Leute am Land mit den einfachen Jobs oder gar keinen Jobs und der schlechten Lebenssituation? Oder sind das die Akademiker in der Stadt und die Besserverdienenden? Wo da die Mehrheit ist, lässt sich momentan nichts sagen. Es ist in jedem Bundesstaat wirklich sind die Umfragen so hauchdünn aneinander. Aber man kann es nicht sagen. Jetzt hast du schon gesagt, es kommt bei diesem Wahlkampf vor allem auf diese sieben Swing States an. Wenn man sich jetzt die letzten Wahlen anschaut, dann waren manche der Staaten, die dieses Mal Swing States sind, auch Swing States. Andere wiederum nicht. Womit hat das zu tun? Also wonach entscheidet sich das, ob das ein Swing State ist? Beziehungsweise was macht denn diese Swing States aus? Also was macht sie zu Swing States? Das heißt, wo nicht klar ist, wo das Pendel hinfällt. Kalifornien zum Beispiel ist kein Swing State, weil in Kalifornien wird immer mit großer Mehrheit demokratisch gewählt. Das ist so und das wird vermutlich immer so bleiben. Also kein Swing State. Florida war ein Swing State bis vor kurzem. Das hat aber zu tun, da gab es einfach eine Bevölkerungsverschiebung. Dann gibt es eine Zuwanderung, also sehr viele Pensionisten ziehen nach Florida, aber dort ist es immer schön warm, da kann man immer wintern. Dort hat man seinen Dauersitz. Ältere Menschen sind meistens konservativ, also da gibt es einen gewissen Wählerzustrom. Zudem gibt es in Florida viele Hispanics, die aus Kuba kommen. Und dort ist man ja vor allem antikommunistisch eingestellt. Heißt so viel wie man wählt dann republikanisch. Also da gibt es einfach auf der republikanischen Seite einen Zuwachs. Und dann gibt es noch diese dritte Möglichkeit, das ist das sogenannte Gerrymandering. Das ist beliebt bei Demokraten und Republikanern. Das ist meistens so, wenn die jeweilige Partei die Mehrheit hat in diesem Bundesstaat. Nehmen wir Ohio. Ja. Ohio hatte die Mehrheit, also es war ein Swing State früher. Irgendwann hatten die Republikaner die Mehrheit und dann haben sie begonnen Wahlbezirke zu ändern. Und zwar so, also mit den verrücktesten Grenzziehungen, aber gerade so, dass in einem Wahlbezirk dann drei Stimmen Mehrheit sind für die Republikaner. Und damit fällt dieser kleine Wahlbezirk an die Republikaner. Und wenn man das dann natürlich auf mehrere ausdehnt, dann fällt der ganze Bundesstaat an die Republikaner. Das heißt, es wäre wie wenn bei uns einfach die Wahlsprengel quasi nach verschiedensten Mustern angelegt würden. So, dass man dann sagt, ah okay, in diesem Wahlsprengel hat jetzt doch die Rote Partei quasi die Mehrheit. Und wenn man den Wahlsprengel anders ziehen würde, dann wäre es die Blaue Partei. Genau, so ist es. Da gab es ja auch den lustigen Fall, dass dann ein Wahlsprengel mal ausgeschaut hat wie ein Salamander, oder? Ja, ja, es gibt die verrücktesten Wahlziehungen. Das glaubt man einfach nicht, wenn man da auf die Wahlbezirke schaut. Aber wie gesagt, das machen auch die Demokraten, wenn sie einmal die Mehrheit haben. Das heißt aber auch, Harris und Trump fokussieren ihren Wahlkampf genau auf diese Swing States. Genau, in diese sieben Swing States, da sind die in den letzten Tagen und Wochen also ständig hingefahren. Es gab ständig Wahlveranstaltungen, es gab ständig, also das große Budget, also die Mehrheit des Budgets, des Wahlkampfbudgets fließt in diese sieben Bundesstaaten. Wenn man nach New York geht zum Beispiel, im Augenblick hat man gar nicht das Gefühl, dass Wahlen stattfindet. Da gibt es kaum Plakate, also es gibt auch nicht so viele Wahlkampf-TV-Spots, da ist die Wahl sowieso gelaufen. Also das ganze Geld, die ganze Mühe, das ganze Engagement fließt in diese sieben Swing States und um diese paar Leute, die noch nicht entschlossen sind. Und man weiß, dass bei der Wahl 2020 war es letztlich, ich glaube 0,03 Prozent der US-Wählerschaft, die den Ausschlag gegeben haben. Damals für Joe Biden. Jetzt hast du schon gesagt, in diesen Swing States, da sind die Kandidaten gerade enorm viel unterwegs. Wir haben eben, wie gesagt, nur noch eine Woche bis zur Wahl. Wie viel kann sich in dieser einen Woche denn jetzt tatsächlich noch entscheiden? Zahlreiche US-Bürgerinnen und Bürger haben schon gewählt. Das ist ja teilweise schon möglich. Wie viel ist da noch drin in dieser einen Woche? Naja, es geht praktisch um jede Stimme. Also zumindest in diesen sieben Swing States. Also insofern wird die Mobilisierung nicht aufhören. Und im Grunde geht es genau darum, welches Lager kann seine Wähler am besten mobilisieren. Wer steht vom Sofa auf, wer geht zur Briefwahl oder wer geht jetzt schon zum Early Voting. Also das läuft praktisch in allen Bundesstaaten. Man kann jetzt schon wählen. Das lagert die Partei, die mehr Leute an die Urnen bringt, die wird gewinnen. Jetzt hast du gesagt, die Partei, die mehr Leute an die Urnen bringt, wird gewinnen. Aber inwiefern ist es bei dieser Wahl denn eigentlich eine Personenwahl? Also pro Harris oder pro Trump? Und inwieweit kommt es wirklich auf die Themen der Parteien an, würdest du sagen? Ja, also es ist natürlich schon eine überwiegende Personenwahl. Und da muss ich natürlich sagen, da hat Trump einen Vorteil. Erstens war er schon mal Präsident. Zweitens war er ein riesiger TV-Star. Also ganz Amerika kannte ihn auch als diesen Milliardär aus The Apprentice. Das hat einen Vorteil, da kann Kamala Harris nie mit. Und noch dazu hat sie ja, sie war zwar die US-Vizepräsidentin, sie ist es immer noch, aber da stand sie im Schatten des Präsidenten und ist eigentlich nie wirklich daraus hervorgetreten. Sie hatte auch immer relativ negative Presse. Und das ist natürlich schwierig, das kann man nicht aufholen, diesen Rückstand, so kurz. Vor allem, wenn es um so eine Personenwahl geht. Ja, und noch dazu ist es ja so, dass Donald Trump mit seinem gewaltigen rhetorischen Polterauftritten, da kann man ja, wenn man da rationale Argumente dagegen hält und sagt, man hätte dieses und jenes Wirtschaftsprogramm, da dringt man schwer durch. Da ist es ja einfach blass dagegen. Jetzt reden wir mal davon, dass die US-Wahl die Wahl des Jahres ist. Meine Frage ist, wie wichtig ist diese Wahl denn tatsächlich für die Welt? Die ist extrem wichtig. Das ist die wichtigste Wahl der Welt. Und das ist vielleicht, auch diese Wahl ist vielleicht auch eine der wichtigsten überhaupt in der Geschichte der USA. Weil es geht schon tatsächlich um einen Richtungswechsel. Wenn Donald Trump wieder gewinnt, dann wird sich doch einiges ändern. Und zwar je nachdem, ob er seine Wahlankündigungen einhält oder nicht. Aber er möchte ja unbedingt wieder Zölle und Tarife erhöhen. Das wird unsere europäische Wirtschaft treffen. Das wird unsere Exportprodukte treffen. Das wird uns schaben. Dann ist die nächste Frage, wie wird Trump umgehen mit der NATO? Wie wird er umgehen mit dem Ukraine-Krieg oder in Israel? Das sind alles wahnsinnig wichtige und weitreichende Entscheidungen. Naja, und dann schauen wir noch, was rauskommt in seinem Wirtschaftskrieg gegen China und was sich da entwickelt mit Taiwan. Das hast du schon die Ukraine zum Beispiel angesprochen. Inwiefern spielen denn Konflikte, die wir derzeit auf der Welt haben? Also eben zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, aber auch der Konflikt im Nahen Osten. Inwiefern beeinflussen diese Konflikte die US-Wahl? Da gibt es eine indirekte Rückkoppelung. In den USA sind ja die Preise wahnsinnig gestiegen. Es ist wirklich sehr, sehr teuer. Jeder Konsument spürt das. Auch jeder Tourist spürt das. Also wenn ein Glas Wein 15 Dollar kostet, also das ist auch den Durchschnittsamerikanern zu viel. Und die Inflation ist jetzt zwar wieder gesunken, sie liegt jetzt wieder bei knapp oder ein bisschen über 2 Prozent, aber die Preise bleiben hoch und das schadet natürlich dem Durchschnittseinkommen. Und das schmerzt und das lastet man der demokratischen Regierung an. Und da gibt es eben diesen Vorwurf, es wird so viel Geld ausgegeben für die Ukraine, für einen Krieg im fernen Europa, das die Amerikaner nichts angeht. Und auch ein bisschen für Israel, aber weniger, viel, viel weniger. Weil Israel ist auch der klassische Alliierte der USA. Da gibt es weniger Protest. Aber vor allem was die Ukraine angeht, da möchten die Republikaner und da möchten die republikanischen Anhänger, dass dieses Geld ausgeben für die Ukraine gestoppt wird. Also doch sehr viel Einfluss auch auf uns hier in Europa, weil viele immer wieder sagen, naja, was geht uns denn diese Wahl an? Ganz so ist es dann natürlich nicht, sondern es hat viel Einfluss. Jetzt ist es eben noch eine Woche bis zum Showdown. Dann ist es aber ja noch nicht vorbei in Wahrheit mit dieser Wahl. In Amerika wählt ja in Wahrheit nicht das Volk direkt den Präsidenten oder die Präsidentin, sondern das Electoral College, also die Wahlmänner auch oft gesagt. Das heißt, wie geht es jetzt dann nach der Wahl weiter? Na, dann hoffen wir, dass es spätestens am 6. November in der Früh unserer Zeit ein klares Ergebnis gibt. Dann steht fest, entweder hat Donald Trump gewonnen oder Kamala Harris. Möglicherweise, sehr wahrscheinlich sogar, steht das nicht fest, weil das heißt sogenannt too close to call. Dann muss man vielleicht in dem einen oder anderen Bundesstaat, in dem Swing State, vielleicht noch einmal auszählen. Und das dauert dann manchmal Stunden, manchmal Tage, bis dann eine endgültige Klarheit herrscht. Und es wird ja nicht nur der Präsident gewählt oder die Präsidentin, sondern auch das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats, also des Parlaments. Und da weiß man jetzt schon, das wird so lange, das wird mehrere Tage dauern, bis da überhaupt klar ist, wer da die Mehrheit hat. Also bis zum endgültigen Ergebnis kann es dann durchaus noch ein bisschen dauern, vor allem bei diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir gerade haben. Du wirst die Wahl von vor Ort begleiten. Für dich geht es morgen in die USA. Vielleicht magst du noch kurz erzählen, was steht denn da für dich so am Programm als Chefin der Außenpolitik? Ja, also ich freue mich sehr, dass ich nach Miami fliegen darf. Ich fliege nicht nach Washington, weil da ist unser sehr geschätzter, großartiger Korrespondent Dirk Hautkapp, also der betreut das von Washington aus. Und meine Überlegung war, ich würde gerne nach Florida fahren, weil dort ist ja der Hauptwohnsitz von Donald Trump in Mar-o-Lago. Und das ist in der Nähe von Miami. Und deswegen dachte ich mir, schaue ich mir diesen Bundesstaat an. Und wie immer die Wahl ausgeht, ob gewinnt oder nicht gewinnt, dann ist es in jedem Fall spannend, wie die Stimmung dort sein wird. Absolut. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was du aus Amerika berichten wirst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Interview genommen hast. Vielen Dank, Caro. Vielen Dank, Caro.